ja bei mir wird das mit dem fotografieren glaube ich nichts mehr ich glaube es liegt an meinem model aber da kann man mich auch falsch verstehen bisschen abstand heute haben wir einen ganz besonderen gast der hat der kann mit der kamera ein bisschen besser um gehen als ich vielleicht auch mit dem mikro aber dazu seht ihr was in dem interview teil jetzt kommt erst mal der sportteil mit philipp ich hoffe ihr habt spaß wir sehen uns nachher beim interview in unserem heutigen warm-up wollen wir mal eine neue technik kennenlernen das heißt wir wollen von den übungen die wir gleich vormachen so viele runden wie möglich in insgesamt fünf minuten schaffen das heißt wir machen uns einen fünf minuten timer und philipp zeigt euch jetzt die übungen und davon wollen wir so viele runden wie möglich machen wir machen immer zehn mal die übungen erst mal ein hampelmann danach zehn mal das knie hochnehmen und als letztes zehn kniebeugen wenn wir das alles zehn mal gemacht haben haben wir unsere erste runde und wie viele runden wir fünf minuten schaffen darauf kommt es an kommen wir nun zu unserem lieblings teil dem ball teil wir wollen etwas an unserem backup dribbling arbeiten das heißt wir suchen uns einen punkt dribbeln darauf zu und wollen dann ein backup dribbling zurück machen dabei ist wichtig dass wir den ball vor unserem verteidiger schützen und wenn wir zurückgehen machen wir einen handwechsel damit wir beide seiten trainieren wir probieren das natürlich zu hause noch etwas explosiver zu machen geht dafür am besten raus macht das 20 mal macht eine kurze pause und fangt dann wieder von vorne an bei unserem fitness teil machen wir heute mal meinen lieblings sport nämlich den sitzsport das heißt wir setzen uns auf unsere couch oder auf einen stuhl und wollen die beine anheben und diese langsam hoch und runter nehmen dann machen wir das gleiche zur seite wir machen jede übung immer 20 mal dann ziehen wir noch einmal die knie an und probieren einfach die beine in alle richtungen zu bewegen bei der heutigen 30 sekunden challenge zeigen wir peters lieblings übung dabei legt euch einfach auf den boden fangt an zu dribbeln auf dem boden und steht dabei auf wer davon die meisten in 30 sekunden schafft hat gewonnen verlinkt uns so da sind wir auch schon wieder am ende unseres videos angekommen wir kommen jetzt zum interessantesten part immer zum interview ja philipp du bist ja wie man sieht basketballer beim ebc sag mal wo bei dir die wurzeln sind ja also ich habe ganz normal in der schule halt basketball gehabt und ein kumpel von mir hat damals angefangen basketball und dann fand ich das auch cool und habe halt auch angefangen und damals war das noch in der goethe schule mit spiggy und ja dann habe ich einfach ganz normal ich glaube u10 war das damals ich weiß gar nicht mehr genau und dann halt immer weiter gemacht wie gesagt u14 u16 dann ein jahr jugend bundesliga gespielt und dann aber wieder sag ich mal runter degradiert normale u18 liga und ja und du bist ja dem verein nicht nur als ja als spieler erhalten im moment sondern du hast auch andere sachen die du im verein machst erzähl doch mal ja was du da genau machst ja also wir helfen immer beim aufbau von den heimspielen in den in der stadthalle und äh ja helfen halt eben alles aufzubauen und die flyer zu verteilen et cetera pp ähm ansonsten mache ich noch äh bei den spieltagen die instagram story von den sirius und ja wenn tobias hahn mal was braucht dann äh kann er sich auch immer bei mir melden deswegen ja ja super in der stadthalle haben wir uns ja auch schon ein paar mal gesehen ähm du hast jetzt uns was mitgebracht was kannst du mir denn ja über diese schöne kamera sagen ja also ich fotografiere leidenschaftlich seit ich glaube vier jahren mittlerweile ähm das hat ganz simpel angefangen in einem familienurlaub wo papa eine kamera hatte und ich die auch unbedingt haben wollte oder damit was machen wollte aber es nicht durfte und dann irgendwann selber eine gekauft und dann einfach immer ein bisschen rumprobiert überall mitgenommen ja so ist das ein bisschen entstanden was würdest du sagen äh für mich als laien was ist der unterschied zwischen so einer kamera und vielleicht meiner handy kamera ja ähm also die flexibilität sag ich mal man kann viel mehr damit anstellen so schärfen und schärfen äh die qualität natürlich ähm ja und halt einfach viel besseres professionelleres arbeiten sag ich mal du hast ja ähm gerade schon erzählt dass das vielleicht so ein bisschen äh von deinem papa kommt die leidenschaft ähm hast du pläne das jetzt in zukunft weiterzumachen vielleicht ja also ich habe vor kurzem vor zwei monaten glaube ich ziemlich genau ähm ein kleingewerbe angemeldet und ähm ja versuche das halt irgendwann als richtiges gewerbe zu machen und dann ähm ja halt einfach das als Hauptjob zu machen mal sehen du sagst schon dass du da ja aus der leidenschaft quasi einen beruf machen willst ähm was sind denn so ja deine inhalte warum sollte ich mir jetzt das von dir angucken besonders gute frage also ich versuche mich halt so breit wie es geht nur aufzustellen ich ähm mache ein bisschen youtube ich bin auf instagram aktiv auf spotify ähm alles mögliche und ähm ja halt diese vielfältigkeit ich versuche auch nicht nur sag ich mal eine sache zu fotografieren oder zu filmen sondern halt die größten verschiedensten sachen mal im urlaub mal halt zu hause wo es halt immer geht ich versuche meine kamera so oft und wo es halt geht mitzunehmen und ja 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 neben ähm ja den fotos und videos machst du ja auch podcast jetzt wie ist es dazu gekommen das machen ja ja doch schon viele ähm warum hast du dir jetzt gedacht so hey vielleicht kann ich äh vielleicht kann ich da was machen was war da die motivation ja also ich höre schon relativ lange podcast sag ich mal äh ich fand das immer relativ interessant ähm zum beispiel gemischtes hack weil ich den comedian sehr cool find Felix Lobrecht und ähm ein kumpel von mir Jonas Pust der auch hier im Verein mit tätig ist ähm mit dem wollten wir das schon länger mal machen und dann hatten wir immer eine Idee aber haben es nie umgesetzt und jetzt durch die Corona Sache hatten wir halt viel Zeit und ähm dachten uns ja lass uns einfach anfangen und ja so ist das gekommen ähm was habt ihr da für ein Style seid ihr eher witzig oder seid ihr jetzt informativ vielleicht zur Corona Krise oder ja was äh warum warum hören die Leute euch ja also wir machen auch wie schon eben gesagt äh beim Fotos äh sehr verschiedene Sachen sag ich mal wir haben von Grund auf eigentlich ein paar Rubriken sehr aktuelle Rubriken wir wollen immer versuchen auf die letzte oder jetzige Woche einzugehen also äh Sportmoment der Woche oder so das ist jetzt natürlich sehr schwer weil halt nichts stattfindet ähm und ansonsten wollen wir auch manchmal uns Gäste ranholen und ähm ähm bisschen so eine Art Interview führen wir hatten jetzt zum Beispiel Luca Kaminski ähm das ist ein Rapper der äh in Rostock halt wohnt und ähm ja ein sehr interessantes Interview geführt und sowas wollen wir in Zukunft halt auch mehr machen irgendwelche Leute die irgendwelche besonderen Leidenschaften oder ähm irgendwas gut können halt ähm zu interviewen Das ist auf jeden Fall eine coole Sache ähm vielleicht tauschen wir da mal die Gästelisten aus dass wir vielleicht untereinander noch ein paar finden ähm ähm du bist jetzt ja ja du machst ja diese die Filme und einen Podcast ähm was kannst du denn dann als Macher von solchen Sachen vielleicht ja mir jetzt empfehlen oder den Leuten die zugucken was man sich in dieser Zeit angucken oder anhören kann ähm ja an sich äh alles mögliche ne also wenn man da natürlich weiter ähm kommen möchte und auch ähm besser werden möchte in den Sachen die man macht halt denke ich mal Sachen dazu Ich denke mal das geht einem beim Basketball oder bei der Fotografie ist egal wo geht es einem so dass man wenn man etwas sieht oder hört ähm meistens daraus was Gutes ziehen kann und äh daraus lernen kann ähm und deswegen denke ich mal einfach die Sachen die einem Spaß machen oder gefallen sich einfach anzugucken wenn man es jetzt eben nicht selbst macht Ja super Worte gefunden auf jeden Fall ähm ja wir haben ja jetzt in den letzten Folgen so eingeführt dass jetzt am Ende du nochmal Leute grüßen kannst oder vielleicht für dich werben kannst äh wo können die Leute dich sehen Deswegen würde ich dir das Mikro einfach geben und ja hast freien Lauf Ja also wie schon erwähnt ähm ich mache einen Podcast und äh YouTube und Instagram Der Podcast heißt frisch gepresst ähm und auf allen anderen Kanälen heiße ich Pellviews P-E-L und Views äh könnt ihr ja gerne mal vorbeigucken und ja Ja super hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit dir heute ähm ja wir freuen uns auf morgen auf den nächsten Gast und deswegen jetzt einfach ja ciao Ja super hat uns auf jeden Fall